Mein Name ist Ann-Kathrin Schönrock, ich bin gelernte Mode- und Strickdesignerin und war schon immer nachhaltig orientiert und jetzt entwickle ich und produziere ich gemeinsam mit der Taxi-Ingenieurin Franziska Uhl und Shingora das fancy Wort für Hundewolle. Wir sind mit unserem Unternehmen in zwei Läden vertreten, weil wir einerseits natürlich das Garn der Shingora produzieren als einzige international und deswegen findet man uns einerseits im Wollrausch und andererseits produzieren wir auch Produkte aus unserem hochwertigen Shingora. Wir freuen uns total im Ragazzi Bielefeld vertreten zu sein. Jeden, der sich weiter dafür interessiert, würde ich einladen im Ragazzi oder auch im Wollrausch Bielefeld vorbeizuschauen und sich Informationsmaterial abzuholen und mal anzufassen und zu fühlen, wie sich Shingora anfühlt. Vielen Dank. Vielen Dank.